Wir danken ganz herzlich, dass wir immer hier einkaufen dürfen, dass unseren Bewohnern den Senioren immer geholfen wird bei allen Fragen, die sie haben bei Kleinigkeiten und auch die Mitarbeiter bedanken sich recht herzlich und gratulieren, dass wir hier unsere Nährse-Nahrung kaufen dürfen und ich glaube jeden Tag die Salatbar benutzen. Herzlichen Glückwunsch und Happy Birthday vom Seniorenpark Kaffee Diem. Vielen Dank.